Bhagavad-Gita, erstes Kapitel, Vers 15 Rishikesha, Shri Krishna, ließ sein Muschelhorn, das den Namen Panchajanya trägt, erschallen. Dhananjaya, Arjuna, blies in das Seine, das Devadatta, und Bhima, der unersättliche Esser und Vollbringer herkulischer Taten, ließ sein furchterregendes Muschelhorn ertönen, das Pondram genannt wird. Erklärung Shri Krishna wird in diesem Vers als Rishikesha bezeichnet, da er die Eigentümer aller Sinne ist. Die Lebewesen sind seine Teile, und daher sind die Sinne der Lebewesen ebenfalls Bestandteile seiner Sinne. Die Unpersönlichkeitsanhänger können für die Sinne der Lebewesen keine Erklärung finden und sind deshalb immer bestrebt, die Lebewesen als ohne Sinne oder unpersönlich darzustellen. Der Herr, der in den Herzen aller Lebewesen weilt, lenkt ihre Sinne. Doch er lenkt sie je nach dem Grad der Hingabe des Lebewesens. Und im Falle eines reinen Gottgeweihten kontrolliert er die Sinne unmittelbar. Hier, auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra, kontrolliert der Herr die Transzentralensinne Arjunas direkt, und daher wird er in diesem Vers als Rishikesha bezeichnet. Der Herr hat verschiedene Namen, die seinen verschiedenen Aktivitäten entsprechen. Zum Beispiel trägt er den Namen Madhu Sudana, weil er den Dämonen Madhu tötete. Sein Name ist Govinda, weil er den Kühen und den Sinnen Freude schenkt. Sein Name ist Vasudeva, weil er als der Sohn Vasudevas erschien. Sein Name ist Devaki Nandana, weil er Devaki als seine Mutter annahm. Sein Name ist Yashoda Nandana, weil er mit den Spielen seiner Kindheit, Yashoda in Vrindavan, erfreute. Sein Name ist Partha Sarathi, weil er der Wagenlenker seines Freundes Arjuna war. Und er trägt den Namen Rishikesha, weil er Arjuna auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra Anweisungen gab. Arjuna wird in diesem Vers als Dananjaya bezeichnet, weil er seinem älteren Bruder dabei half, Reichtum zu erlangen, als dieser vom König für verschiedene aufwendige Opferdarbringungen benötigt wurde. Bhima ist als Vrikodara bekannt, weil er sowohl unersättlich viel Essen als auch herkulische Taten vollbringen konnte, wie zum Beispiel den Dämonen Hidimba töten. Der Klang der einzelnen Muschelhörner, die die verschiedenen Persönlichkeiten, angefangen mit dem Herrn, auf Seiten der Pandavas bliesen, war für die Soldaten sehr ermutigend. Auf der anderen Seite gab es keine solche Zuversicht. Noch war der Herr, der höchste Lenker oder die Göttin des Glücks gegenwärtig. Es war ihnen also vorherbestimmt, die Schlacht zu verlieren. Das war die Botschaft, die durch den Klang der Muschelhörner verkündet wurde.